Ein sehr ereignisreiches Finanzjahr 2014 neigt sich dem Ende entgegen und es war auch ereignisreich für die Kapitelvermögensmanagement AG aus Frankfurt. Aus mehrerlei Hinsicht und genau das wollen wir besprechen mit den Herren Vorständen. Auf der einen Seite Markus Kaufmacher, herzlich willkommen und auf der anderen Seite Wolfgang Krabbe. Herr Krabbe, herzlich willkommen auch Ihnen. Es war ein furioser Start in 2014. Sie haben den Goldenen Bullen als bester Vermögensverwalter bekommen. Der Goldene Bulle, der uns hier auch schon von der Seite anlächelt. Vielleicht können Sie uns zunächst einordnen, für uns einordnen, wie diese Auszeichnung für Sie zu bewerten ist. Einblicke in die tatsächliche Arbeit eines Vermögensverwalters, wie er seine Portfolios allokiert, zu bekommen, das ist das, was die Privatkunden insbesondere interessiert. Und das Frankfurter Analysehaus First Five bringt diese Einblicke. Monat für Monat werden Risikoadjustiert, die Portfolios von 100 Instituten miteinander verglichen und dann nach einem kompletten Kalenderjahr dann ausgewertet. Gemeinsam mit dem Medienpartner Euro, Euro am Sonntag und Börse online, wurden dann Anfang dieses Jahres der sogenannte Finanz-Oscar, also der Goldene Bulle, eben übergeben. Wir sind sehr stolz natürlich darauf, dass wir in allen drei Kategorien, in der Kategorie konservativ, ausgewogen und auch dynamisch hier den ersten Platz belegt haben. Besonders stolz sind wir aber, dass wir mit sehr transparenten Strukturen dieses Ergebnis für unsere Kunden erreichen konnten, ohne intransparente Strukturen oder kostenintensive Fonds oder Zertifikate. Es ging dann auch Schlag auf Schlag weiter für Sie in 2014. Sie haben neue Regionen erschlossen mit dem Standort Baden-Baden. Wie kam es dazu? Baden-Baden war nie in der Planung bei der Capitell. Es war eine persönliche Gegebenheit, die wir dann unternehmerisch beim Schopfe ergriffen haben. Herr Ambruster, ein langjähriger, erfahrener Baden-Badener, war auf dem Weg und wir konnten uns quasi miteinander verbinden. Und ich kann jetzt schon sagen, dass das eine ganz hervorragende Zusammenkunft geworden ist. Also hier Expansion in den südwestdeutschen Raum von der Capitell AG. Auf der anderen Seite aber haben Sie sich auch verändert innerhalb Frankfurts ja Kaufmacher. Sie sind umgezogen. Welche Motivation steckt dahinter? Wir wachsen deutlich stark und das Wachstum hat bei uns dazu geführt, dass wir mehr Raum und mehr personelle Ressourcen benötigen. Das haben wir dann umgesetzt, indem wir den Sitz von der Humboldtstraße in die Hedrichstraße in Frankfurt verlagert haben. Wir wollten auch weiterhin in Frankfurt bleiben, weil diese Gesellschaft in Frankfurt gegründet wurde und wir dort unsere Heimat sehen. Das heißt mehr Platz, mehr Raum für Ideen, für Ihre Kunden, aber natürlich auch für Ihre Mitarbeiter, oder? Das ist richtig. Wir investieren in Talente. Wir sind Unternehmer. All die Herausforderungen, die uns auch der Finanzmarkt stellt, auch die Regulierung stellt, diese möchten wir bewältigen. Und wir möchten sie gemeinsam mit Menschen bewältigen, die mit uns diesen Weg gehen wollen. Deshalb freuen wir uns auch darüber, dass die Erweiterung in Baden-Baden so erfolgreich funktioniert hat. Und ich bin kein Prophet, Schlussfrage, wenn ich sage, 2015 und darüber hinaus weiter alle Kräfte Richtung Expansion? Wir sind ein unabhängiger Vermögensverwalter, der weiß, was er will. Und wenn man weiß, was man will und wenn man die richtigen Leute findet, werden wir auch weiterhin, so wie in der Vergangenheit, wachsen. Herr Kaufmacher, herzlichen Dank für das Gespräch auf der einen Seite, Herr Wolfgang Krapper auf der anderen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg auf diesem Weg, nicht nur für 2015. Soweit beide Vorstände der Kapitel Vermögensmanagement AG hier im Jahresendgespräch, so kann man es sicherlich bezeichnen.